Das kann ich leider gerade nicht sagen. Habe ich keine Ahnung. Ihre ID ist da. Go fuck yourself. Okay. Ah. Der obligatorische Geheimgang. Nani? Achso, ich kann von hier den Schalter in den anderen Raum noch deaktivieren. Ist denn alles in Ordnung mit ihm? Weil jetzt machen wir auch gerade so ein bisschen Gedanken. Ach, die hätten doch wieder ihre PNP-Runde gehabt. Und er hat es heute komplett verpennt. Ah. Und jetzt wird gerade blöd rumgestänkert. Achso. Ja, ich weiß gar nicht. Sherob, bist du gerade Zuschauer? Nee, offenbar nicht. Sonst hätte er hier schon geschrieben. Also mal ein bisschen nach dem Riemen reißen hier. Der Junge hatte Schichtwechsel und er endete. Der Kopf bei ihm ist sonst wo. Also Moment, er wird angeschissen? Weil er jetzt verpennt hat? Er wäre halt Spieler gewesen. Die wollen jetzt anscheinend alle drei Tage unbedingt, weil er mal frei hat. Oh mein Gott, ja. Also für diejenigen, die irgendwie gerade noch in dieser Gruppe mit sind, wo er spielen. Der Junge, der Junge, der hat Schichtwechsel ohne Ende. Sein Kopf ist sonst... Wenn das man vielleicht auch brennt sollte, dann reell... denkt euch nicht künstlich aus. Der ist nur ein Mensch. Der funktioniert auch nur 24 Stunden am Tag ohne Sprache. Nicht rausziehen, Ada. Das soll man nicht. Man soll nicht rausziehen. Das erhöht nur die Blutung. Wo ist Lirn, wenn ich ihn brauche? Seit wann brauchst du ihn? Äh, Cheryl, ich sag dir das jetzt nur einmal so. Jetzt ohne irgendwelche, ne? Ohne, dass da irgendwas angehängt wird. Top ist nicht im Chat aus. Das schadet dir, das schadet allen. Das muss nicht sein. Und das sind Sachen, die du nicht hier im Chat rausposaunen musst. Also ohne Witz. Das musst du nicht sagen, wenn es dir nicht bekommt. Entweder... Ich empfehle dir eine Sache. Schreib es entweder jemandem, den du da vertraust, persönlich. Ja, also... Nee, ich meine es nur gut mit dir. Weil sowas kann sehr schnell nach hinten losgehen. Und es ist für niemanden eine großartige Hilfe. Wenn du, je nachdem, wie scheiße es dir geht, irgendwie noch grundlos andere Leute ankackst, den es genauso beschissen geht. Eben, also... Ich meine das nicht böse. Das soll jetzt auch keine Konsequenzen haben oder ähnliches. Aber ich meine es nur als guten Rat. Sowas muss nicht in der Öffentlichkeit. Nee, also ich werde jetzt hier nicht banen oder sowas, um Himmels Willen. Da wird auch nicht getimeoutet oder sowas. Ich habe ja gesehen, er hat es verstanden, worauf ich hinaus möchte und dann ist gut. Da muss man jetzt nicht großartig eine Thrombose drum machen. Da muss man jetzt nicht großartig was... den Fass aufmachen. Alles gut. Aber sowas muss man nicht in der Öffentlichkeit diskutieren. Das schadet nur. So. Back to the basics. So, wo sind wir denn jetzt hier? Dann gehe ich jetzt den Weg wieder zurück. Nee. Ach, das ist der Weg, den Ada... Ach so. Ach, jetzt könnte ich ihren Weg gehen. Okay. So eine gute Idee. Oder hier. Na nie. Oder hier. Oder hier. Da bin ich lange... Du hast eine Hilfe, wenn es um sowas geht. Du, ich bin auch eine Scheiß-Hilfe, wenn es um sowas geht. Gut, dass hier Müll-Munition liegt. Mensch. Das Problem ist... Äh, weil sowas ist immer dann die Sache... Man... Man sind... In vielen sind man die Hände gebunden. Und man kann da nichts gegen machen. Ich will jetzt nicht einen auf Hakuna Matata hier machen, aber... Man kann mehr als den Leuten anbieten, äh... Zu reden. Kann man in so einer Situation leider nicht. Das Problem in so einem Fall ist, wenn du dann halt mal rodierend durch die Gegend rennst und du erst einmal mitbekommst, was für eine Schneise von kaputten Egos hinterlassen wird. Irgendwann rumgekackt wird. Eben. Du weißt doch vorher nicht, was da los ist. Man steckt da ja leider nicht drin. So. Äh... Elko, falls du mit ihm reden solltest, sag ihm auch mal von mir, äh... Ne? Alles Gute. Hoffentlich, dass es wieder besser wird. Glaub mir, ich bin da... Ich bin in dem Punkt auch keine gute Hilfe. Ich bin absolut scheiße in sowas. Deswegen bin ich Streamer geworden. Ich... Ne... Ich... Mach irgendwie... Ne Videokassette. Klingt ja ganz böse. Es ist sieben Flashbacks. Sorry dafür. Nani? Danke dir, Elko. Ach, dammit. Treatment Facility. Elektroteil. Was nur ganz merkwürdig wie ein Schach... Äh... Wie eine Schachfigur aussieht. Aha. Geiler Bart. Danke dir, Niki. Drei Prozent Chance auf Crit? Echt? Drei Prozent Chance ist das nur? Kommt mir mehr vor, so wie ich das manchmal kriege. Oh, der war nice. Ne, ich hab nur Granaten. Drei Prozent Chance, sagt ihr. Ich hab sehr gute drei Prozent, so wie das aussieht. Ich hab noch mal so große... Ja, so was bleibt nicht aus. So was hinterlässt immer Spuren. Aber ich möchte auch nur noch mal kurz anmerken. Ihr müsst nicht hier über sowas reden, wenn ihr das nicht möchtet. Also um Himmels Willen. Nur weil wir das gerade eben angesprochen haben, müsst ihr jetzt nicht... Äh... Dazu euch genötigt fühlen, irgendwie so... Ne? Ich weiß, ich bin super scheiße, wenn es um sowas geht. I shut the fuck up now. Ich spiel jetzt... Ich mach das, was ich am besten kann. Ich spiel Resi 2. Mal gucken, guckt euch den hier an. Wie sein Kopf jetzt auf einmal. Oh man, ich bin echt keine Hilfe in sowas. Ein Messer. Der hat Kopfschmerzen. Oh yes. Jetzt hat er sich durch den Kopf gehen lassen. Das ist dieser Standard-Joke. Oh Gott, ich fühl mich so bad als gerade. So badies. Ja. B-b-b-b-b-b. Wie, dann kannst du da echt nicht runter? Was willst du dort? Ich weiß nicht, vielleicht ist das Zeug. Nein. Nein. Da ist Müll. Einfach nur, nein. Da ist Müll. Ja, aber das kannst du doch so nicht sagen, hol. Hui. Soll ich es vielleicht romantisch sagen? Da ist noch Abfall. Oh, das ist ja nicht wie bei Pokémon. Da ist nur Abfall. Hier ist nichts, nur Abfall. Noch ein Ventil. Are you serious? Wie viele Ventile gibt es in diesem Spiel? Genügend. Was war das denn jetzt? Kommt jetzt hier so ein Mini-Gator oder was? Das sind keine Gator, das sind G-Babys. Was? G-Baby. G-Baby. G-G-G-G-G-Baby-Baby. Naja, es sind große Babys. Das ist ein großes Baby. Boah. Sehr großes Baby. Fetch me a nipple. Okay, sorry. Oh! That's an ugly Baby. Ich konnte so nicht sagen. I just punched him. Oh, das ist ein hässliches Baby. Ist das Ding Boss? Nö, das war mal ein Boss. Jetzt gibt es doch etwas. Oh ja, geil. Die halten auch zum Glück überhaupt nicht viel aus. Auf die Augen ziehen, dann kriegst du dich schnell tot. Habe ich schon. Da ist doch irgendwas jetzt ins Wasser geplumpst. Ach, das sind so eine Baby-Projektivisse. Ist ihm egal. Die schießen einmal in deine Richtung, wenn du vorbeigehst. Ach so. Wow. Magst du mal? Vor allem die Gitterstäbe fungieren als echte Gitterstäbe. Das ist cool. Oh mein Gott. Ist der andere jetzt wieder aufge... Sackgesicht. Kannst du doch nicht machen. Ach, leck mich doch. Du bist mir echt zu doof. Deine Hitbox ist scheiße durch die Gitter. Das heißt, die Biester kommen jetzt häufiger. Ja. Oh, das ist doch... Oh. Geil. Just what I needed. Eine Bahn. Super. Ich darf mir jetzt also noch mit erhöhten Preisen für denselben Service rumschlagen. Das ist der richtige Horror. Das ist der richtige Horror. Erinnert ihr euch noch an den Meme? Ja, der war scheiße. Umbrella HQ. Da war ich da auch ein Sinn. Nächstes Jahr am nächsten. Weißt du nicht, was dir was ich gebe? Weil ihr böse Schüsse kamen. Nichts, Alter. Nichts, Alter. Wir sind gefangen. Wollen wir der Schüsse schnellstmöglichst Hilfe? Äh, das... Lani? Ach so. Äh, das ist ein Stehender. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst gesehen habe. Wunderbar. Kim ist tot. Schrecklichen Hustenreiz. Warum antworten sie nicht? Was von A? Die waren das von A. Zum Glück war er nicht von B. Was ist, wenn Leute von B sind? Mag nicht? Ist auch egal. Nong, nong. Hier, warte mal. Oh, spinnt. Na geil. Wieder so ein Scheiß-Lock-Scheiß. Ähm. Von mir ist er aber trotz, äh... Also, ich habe nicht böse, bis das ihm gerade nur gut geht. Warum soll ich ihm böse sein? Es geht ihm gerade ganz offensichtlich schlecht. Und, äh... Was er gerade gemacht hat, war einmal... Er hatte einen Impuls im Chat. Meine Güte. Ich habe Leute für... Ich blogge Leute für wesentlich Schlimmeres. Und ihn kenne ich jetzt ja nun mittlerweile auch schon einiges länger. Deswegen ist absolut kein Problem. Äh, und ihn ein bisschen verstehen kannst. Ich glaube, er will er nicht schön finden. Wie gesagt, absolut kein Problem. Ich kann solche Impulse durchaus verstehen. Halt zum Verstehen muss man halt erstmal lesen, was da abgeht. Ja, eben. Es sind halt von der Situation gerade her halt auch nicht förderlich, wenn das erste, was man halt erfährt, ist, dass er rumrennt und Leute ankackt, die selber auch mit Zahnfleisch umkriechen. Also, wie gesagt, ich habe da jetzt... Ich mache ihm da jetzt keine Vorwürfe, um Himmels Willen. Äh, war schön für Kanalbaufirma. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich hier mittlerweile... Wie findest du, wie Lien aussieht? Jetzt generell oder so mittlerweile, nachdem ich durch ihn durch den Kanal gelaufen bin und mehrfach gefressen wurde? Äh, nice construction company im Laufe letzten 20. Ja, nur Ehre, Kanalisation, Städte, dieses Land. Und es ist im Grunde SimCity. Du kannst sehen, wo die Scheiße langläuft. Äh, du kennst acht Jahre. Ähm, also jetzt intensiv kenne ich ihn jetzt erst seit einem Jahr vielleicht. Jetzt in dem Jahr, wo ich halt aktiv gestreamt habe. Aber vorher war mir sein Name halt auch schon bekannt. Also, so möchte ich das jetzt mal nicht sagen. Nimm mit, ist teuer. Nimm mit, ist teuer. Ist wie so ein Röhrenfernseher oder eine alte, äh, eine alte Glühbirne. Ganz ehrlich, es sieht realistischer aus als die Videokassetten, die wir in Resi 7 gesehen hatten. Könnte daran liegen, dass du dort gestorben bist. Könnte daran liegen, dass dir jemand mitgedacht hat. Das kannst du doch so nicht sagen. Ich hab es bereits gesagt, du Wichser. Äh. Du Sackgesicht. Du Ratte. Du Ratte. Hab ich jetzt den, äh, das, ja, die Kassette hab ich noch. Aber die kann ich ja wegschmeißen jetzt. Oh. Erste Hilfe-Spray noch. Ich hab immer noch die, die USB-Dongle-Scheiße da. Wo ich nix mit anfangen kann aktuell. Ja, sobald du da einen Dreher hast, dann kommst du wieder in die Region. Ja, aber erstmal muss ich, äh, wahrscheinlich mich hier durchfighten. Oh, Karte der Kanalisation. Ich renne da einfach mal dran vorbei. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein, so ein Ding gewesen. Noch mehr Zeug. Okay. Würde auch gerne sehen, wie Mr. X und Burger-Masier-Ring kloppen. Ja, weißt du was? Wir packen am besten noch den Undertaker dazu. Ich bin mir ziemlich zuerst der Turm und springe an dieselben Wand auf. Wieso hab ich das Gefühl, dass das... Oh, nee. Ist ein Steckrätsel. Ein Steckrätsel, ja. Äh, zum U-Bereich. Wir haben im letzten Irrentransfer das Ding verloren und stehen die Tür im U-Bereich öffnet. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, wenn du einen Terminal-Stecker stecken musst, aber jeder sollte sich daran erinnern, welcher wohin gehört. Da sei ja bitte nicht ein Teil, wir sind der Pinwand. Also mein Ratschlag, den einen Stecker, den du vorhin aufgesammelt hast für die Brücke, behalte den erstmal im Inventar. Ich konnte ihn ja nicht aufsammeln. Ich musste ja da durchgehen. Hm. Ah, ich verstehe. So, warte mal. Lass die Dinger erstmal dort. Dir fehlen eh noch zwei, wo du aufsammeln musst. Ja, macht Sinn. Bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Damen nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Das wird noch witzig. Und dann kann ich hier keep out. Mensch. Was? Wie es aussehen würde, Mr. X gegen Birken. Äh, Birken nimmt ihn auseinander. Echt? Birken ist so viel stärker? Mr. X hat keine Chance. Oh. Also Birken hat sich auch, äh, in der Manga-Reihe regelmäßig Fights mit Nemesis geliefert und ihn vertroschen. Stimmt, es gab ja auch einen Manga dazu. Was wir jetzt halt nicht wirklich, äh, full canon, aber... Ach komm. Was sollte canon? Alles, was Disney berührt. Alles, was Disney berührt. Nein, Hol. Ich möchte hoffen, dass Disney niemals Capcom aufkauft. Oh Gott. Oh Gott. Oh, wir müssen das jetzt kennen. Oh, Junge. Lian, das ist ne Prinzessin. Oh Gott. Oh, Junge. Noch ein Trissort. Hey, na du. Habe ich nicht noch ein... Ich hab noch ein Messer. Was? Wenn Disney EA aufkauft, dann kriegen wir tatsächlich, äh, beschissene Spiele weiterhin unter ner großen Firma. Kleiner Tipp bei dem Tresor. Ja. Oh, ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Ich seh's. 2, 12, 8. Ups. Oh, wie fies. An der Seite vom fucking... Minus, Minus ergeben, Plus. Na nie. Ich war nie gut in Mathe. Äh, für den stabiler Schwung erfeuern und nachladen. Uh. Oh, das heißt, ich muss nicht immer voll nachladen. Oh, das Baby sieht so schön aus. Es hat sich richtig entwickelt. Ey, das find ich geil, dass Waffen sich quasi weiterentwickeln in dem Spiel. Hm? Ich weiß nicht, wieso. Irgendwie ist das ein cooles Feature. Irgendwie liegt hier noch was. Hinten geht's runter. Warte mal. Genau, Warnung. Äh. Ah, ich weiß ja nicht. Ich will an sich sparsam mit Highlight-Items sein, aber ich glaub... Ist das ein rotes... Leck mich doch am Arsch. Ich mach mir halt dann nochmal ein Omega-Kraut. Und schluck bald ein normal... Äh, das war so eins. Ah. Werkzeug. Ein Werkzeug! Nein, würde Disney IEE aufkaufen, würde dieselbe Scheiße in grün rauskommen. Die geben doch keinen Fick auf Qualität bei Disney. Ja, nicht mehr. Guck dir die mal. Aber wir füllen in welche Richtung die gehen. Aber Black Panther war toll, weil da war ein schwarz an der Optro... Oh, haltet doch die Klappe. Oh, nee. Das hab ich... Das sag ich andauernd. Ich hasse es, wenn Filme versuchen, so eine Message über den Film zu stellen. Ich hasse es. Und dann, wenn jemand sagt, der Film war scheiße, weil so und so, dann heißt es, nein, du bist ein Nazi-Rassist-Frauenhasser. Hast du nicht gesehen. Ich hasse es. Es ist einfach so eine... So eine Schutzwahl für Kritik, weißt du? Eine Schutzwahl aus Papier. Ich hab mein Argument. Alles in der gleichen Meinung. Erko, hast du Unrecht. Komm, mit dem letzten Battlefield genauso. Oh, Gott. Da waren Frauen. Ja, natürlich. Spiel war trotzdem Trash. Oh. Ach cool, jetzt hat mir das Spiel gesagt, dass der Tresor da an der Seite ist. Klar, NappNapp. Du kannst mich alles über Resi fragen. Ich hab zwar nur vergessen, dass im Original überhaupt eine Ada-Kampagne existiert hat, aber... Sorry, da bin ich liebend gern Nazi. Ganz ehrlich, wenn es heißt, dass mein... Dass ich finde, dass Film Medium XY scheiße ist, und ich dafür als Nazi-Feminist oder was auch immer abgestempelt werde, oder als Veganer von mir aus auch, ist mir sowas von wert. I don't give a fuck. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Play 3 wäre auch scheiße gewesen, wenn er weiß gewesen wäre. Ja, aber die ersten Filme waren ganz geil. Ja, aber der Tritt war für den Arsch. Oh. Critical. Ist dann auch immer so, so nach dem Motto, gewisse Fakten fügen einfach absolut nichts in der Story hinzu. Aber es ist dann halt wieder diese Message, weißt du? Wo es denn heißt, ja, aber wenn du jetzt sagst, der Film ist scheiße, dann bist du das und das. Weil das ist einer der wenigen, einzigen schwarzen Superhelden. Erko hat da gleich den großen Boni, dass es automatisch gut ist. Das ist wie mit hier mit dem neuen Ghostbusters-Film. Ach Gott. Wo es denn hieß, nein, du bist jetzt ein Frauenfeind, weil du den Film scheiße findest. Und du denkst dir so, why? Nein, ich finde den Film scheiße, weil ich die Originale kenne und froh bin, dass der Sohn vom Original-Ressageur ja nicht den Dritten offiziell macht. Guten Tag, Dan, Eckfreude. Mit hier, ähm, mit Ocean's, wie hieß er? Ocean's 8? Hm? Wie hieß der Film Ocean's 8? Wo auch so eine... Ach, mit der, äh, die Frauen-Variante. Ja, von Ocean's Eleven. Habe ich aber auch nichts Gutes von gehört. Ich auch nicht. Soll echt sehr mediocre gewesen sein. Aber sobald du sagst, der Film war scheiße, bist du natürlich Instant-Feminist, hast du nicht gesehen. Du, da bin ich pragmatisch. Ich mochte beide Varianten nicht. Ich geh jetzt mal da hin. Ich geh jetzt mal da, ist noch ein einzelner Raum. Als Frau ein Frauenfeind zu sein, das muss man erstmal hinkriegen. Oh, hey, good man. Oh Gott, es... Ich bin ge... Ah, nein. Oh, no. Not good. Das Ding hat mein Messer geschluckt. Na, nennst du uns nicht mehr, dass unsere beiden Tod sind sie am besten. Ich hab nur keinen... Wow. Ist das Vieh jetzt wirklich... Nee, natürlich nicht. Ich dachte schon, es wäre mit meiner letzten Munition krepiert. Wäre ja auch zu schön gewesen. Danke, mein Messer. Es ist ja nur absolut dreckig, schmutzig und bäh. Da kleben noch ein paar Eingeweide dran. Die Viecher fressen aber auch. Meine gesamte Munition ist weg. Alter. Ich hab schon wirklich mit der Knarre auf die Schwachpunkte geschossen. Gott, sind die Viecher resistent. Es sind zwar keine echten Bosse mehr, aber es sind immer noch böse Viecher. Oh ja. Alter. Oh. Oh, Steel Boy. Steel Boy Run. Ah, jetzt kommst du an die gute Stelle. Die gute Stelle? Da gibt's gleich was Feines. Oh, es gibt was Feines. Fahr mal nach oben. Ich fahr mal nach oben. Wenn hol der es sagt, dann fahr ich mal nach oben. Da gibt's was Leckeres, was Schmeck... Lecker Schmecker. Oh, Brekkis. Ja. Oh, erst mal noch eine Tasche. Noch eine Gürteltasche. Wieso stelle ich mir grad wirklich vor, wie Lee ihn erstmal über in seinem Körper irgendwelche Gürteltaschen hat? Oh, Frauenfreit als Frau. Geiler FFXIV-Titel. Durchaus. Ich wünschte, ich hätte mal wieder Zeit, FFXIV zu spielen. Aber ich hab da aktuell absolut keine Zeit für. Obwohl ich echt Bock drauf hätte. Ich meine, das Spiel hat mir in der Zeit, wo ich's gespielt hab, echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber ich hab aktuell einfach keine Zeit. Oh, hey. Ach, komm. Okay, das funktioniert. Das funktioniert sogar verdammt gut. Safe? Hier ist kein Safe. Nee, nicht safen. Das ist eine Steckdose? Hab ich gesehen. Ach so, hier bin ich ja. Ach du Kacke, wo bin ich denn jetzt? Ach, ich bin... Hi! Halt mal kurz. Och nö, nicht früher. Halt mal kurz. Wat ne Sauerei. Ach so, und jetzt kann ich mir das Ding holen und rückwärts quasi... Jetzt drehen wir uns um und gehen in die andere Richtung. Das Ding ist halt, wenn du auf der Ebene dann eben mal so den Schlüssel gefunden hast, damit du die anderen Türen öffnen kannst, gibt's dann einen Fahrstuhl, der dich hoch in den Geheimraum bringt. Ah. Beziehungsweise in das Treppenhaus, wo du dann zum Geheimraum hochfährst. Also jetzt gibt's... Ja, hier ist alles clean. Gut. Ja, also du musst unten dann erstmal den Schlüssel finden. Das ist unten ja noch nie alles abgegrast. Äh, Serena, Funfact. Ich hab' all meine... Also alle meine Sammler mittlerweile auf 50. Und ich bin noch nicht mal in Ischgard. Ich bin... Ich stehe aktuell vor Shiva. Und ja. Ich hab' all meine Sammler schon auf 50. Ne, Quatsch. Mein Angler ist noch nicht 50. Der ist... Er ist aber ganz kurz vor 50. Aber mein Gärtner ist, glaub ich, schon irgendwie 53 oder so. Und mein Mienarbeiter auch schon irgendwie 51. 52? Also ich hatte sehr viel Spaß. Das hab' ich immer sehr viel nebenbei gemacht, wenn irgendwie Videos gerendert haben oder so. Ah, da hinten ist dann auch der Schlüssel dran. Ja, genau. Warte mal, wofür brauch ich den jetzt? Äh, den brauchst du für die... Ach so, oh, ich seh schon. Ja, jetzt muss ich nochmal... Quasi nochmal zurück. Wäre empfehlenswert. Ah, aber hier unten ist wahrscheinlich Zeug. Ich geh' mal kurz runter. Äh, da ist in erster Linie sehr viel Monster-Vieh-Zeug. Ergo, ich will hier vielleicht gerade doch nicht hin. Ja, du solltest erstmal die Türen abgrasen und nicht aufrüsten. Okay, Chef. Danke, Chef. Das ist hier... Das ist einfach nur eine lange Treppe ins Nichts. Geh' da mal kurz hoch. Ich bin neugierig. Die lange Treppe into Nothingness. Ja, weil hier ist... Egal, was hier ist, es ist kaputt. Ja, das kann ich mir abschminken. Nope. Not coming through here. Aber schön, wie hier die Motten rumfliegen, ey. Echt so ein Sucker für solche Details. Also im Prinzip von der anderen Seite könntest du über den Kanal dann halt noch einen Shortcut aufschrauben. Hm, praktisch. Also langsam würde ich aber auch gerne mal wieder speichern. In a while. Hm? Ist auch so ein Ventil. Achso, nee. Das ist ja... Total relevant. Ja, da... Okay, ich seh schon. Da unten ist ne Menge Zeug. Kann dir also mal helfen, wenn du mir da irgendwie will. Er rennt so sehr gerne im Dark Knight rum, glaube ich. Aber es war Samurai. Ich bin schon zu lange in Frankreich. Frankreich ist auch doof. Du bist im Grunde direkt an der Quelle. An der Quelle des Bösen. Könnte man sagen. Nee, also meine... Größte Klasse aktuell ist, ähm... Äh, Krieger. Ich hab meinen Krieger ziemlich hoch gehabt. Ich weiß grad selber nicht mehr, welches Level ich war. 52, 53, irgend so was. Ich weiß nur, dass ich meine Sammler, äh... Schon höher hatte als alles andere. Und dass man mich dafür immer so für merkwürdig gehalten hat. Bist du so, dass ich mir damit ne goldene Nase verdient hab? In Frankreich gibt es Mediziner. Ich dachte, die kennen nur Adalas. Haufen Spinde. Oh, jede Menge Zeug. Oh, nice. Ich mag Zeug. Und dann kann ich ja da... Äh. Nein. Ich hab gerade mit ner App rumgespielt. Warum bist du jetzt auf einmal noch lauter, Keks? Warum auch immer. What are you doing? Was machst du mit deinem Mikrofon? Nichts. What are you doing? Oh, juck, juck. Ah, ja. Gut. Geheimer Aufzug. Hab mich noch untergelegt. Dem kommst du halt, wie gesagt, ins Treppenhaus hoch. Oh, noch mal kurz. Ja. Du kannst dir halt deinen Magnum-Upgrade holen. Der Krieger war 52. Mein Dinkellord muss noch gelevelt. Ich muss die Handschuhe ausziehen. Kannst du damit nicht gut spielen? Äh. Ich weiß jetzt schon, es wird ein heilen Cosplay für den Sommer werden. Aber ohne Handschuhe ist es nicht original. Ich weiß, aber ich... Ach, hier. Weil hier einfach so viel Leder dran ist. Oh, jetzt weiß ich, wo ich... Ach, jetzt weiß ich auch wieder die Vitrine. Hm? Wie cool. Ich muss halt das USB-Ding erst mal wieder reinklippen. Ach so. Oh. Oh, okay. Wie cool. Äh, was er gern spielt. Ich hab keine Ahnung. Ich hab auch ein absolut beschissenes Gedächtnis, also... Was denn? Äh, nee, die Frage war gar nicht, was Cheryl in letzter Zeit spielt. Ich seh in letzter Zeit andauernd, dass er irgendwas spielt, aber ich vergesse andauernd was. Äh, so, warte mal. Was hab ich ja jetzt? War hier irgendwie... Ja, also, äh, wenn du die Treppe hoch gehst, hast du ja den Fahrstuhl in den Geheimraum. Und da kannst du direkt aufkurbeln. Ach, stimmt. Ich könnte ja jetzt wieder hoch. Genau. Ja, eben. Dann hast du direkt wieder eine Drohne. Du brauchst zum Speichern von der Nase. War hier unten? Wieso zeigt er mir denn da unten immer noch rot? Weil er die Marke als Item ansieht. Nimm ich's mal mit. Nicht nur der Completionist-Halthaber. Es war, ne? War drin? Ach, nee, da ist nur das für's Display. Cleaning in progress. Stimmt, die Filme muss ich auch noch entwickeln lassen. Wenn ich schon mal hier bin. Die sind sogar wichtig. Ja. Äh, nee, warte mal. Ganz hoch? Ganz hoch. Das war ja der Fahrstuhl, über den du jetzt zum ersten Mal Zahnarzt-Fight gekommen bist. Zahnarzt. Wie sieht die Merken um jetzt aus? Wenn wir gleich rauskriegen. Oh, wichtiger ist, wie sie klingt. Stimmt, jetzt bin ich ja wieder hier. Aber ich kann ja immer noch nicht hier wieder in den Hauptraum zurück. Doch, kannst du. Nein, nicht. Du kannst aufkurbeln. Stimmt, hier. Hör ich... War das Lean oder ist fucking Mr. X schon wieder da oben unterwegs? Nö, nö, da ist erstmal ne Weile weg. Okay, gut. Ich dachte, der lungert da oben jetzt schon wieder rum. Der olle Wichser. Magnum-Munition. Den Schlüssel brauch ich noch. Äh, die Figur brauch ich noch. Ich will aber jetzt mal die... 13 Magnum-Schuss. So, ich bin ja mal gespannt. Was macht das überhaupt? Äh, für die Lightning Hawk mindert den Rückschuss, beschleunigt die Geschosse, um den Schaden zu erhöhen. Ich bin ja mal gespannt. Oh, Baby. Oh, Baby. Und es klingt viel besser und mächtiger, als es aussieht. Ich werde das Ding mal kurz mit... Oh, scheiße, sieht das cool aus. Ich würde sie am liebsten einmal abfeuern. Ach, irgendwo wird schon ein Zombie rumrennen, den du einmal wegknülzen kannst. Ja, aber das wäre Verschwendung wohl. Ach, der eine Schuss. Der eine Schuss, der schadet nicht. Der macht nix, ne? Ein Zombie. Nur einer. So ein Zombie. Ich muss sowieso... Warte mal, da ist doch noch ein Licker, den ich umbolzen kann. Oh, dem Wichser zeige ich's. Weißt du, was das Schlimme ist? Na? Durch das Foto kriegst du noch zwei Verstecke angezeigt. In einem ist noch ein extra für deine Magnum. Oh, gut. Brauche ich jetzt das... Das Ventil brauche ich immer noch, wow. Aber auch die Magnum jetzt... Naja, und das ist ja noch den Shortcut, den du freischalten kannst. Ähm, ich packe mal die Magnum-Munition wieder weg. Brauche ich eigentlich... Bevor ich noch auf dumme Ideen komme. Ähm, hier kann ich auch mal eins verstauen. Passt. Was ich auch geil finde, ist, äh, das Umdrehen hier in dem Spiel. Ist schnell, aber trotzdem smooth. Das, äh, das hab ich in God of War gehabt. Du drehst dich um, aber du hast das Gefühl, du brichst dir selber das Genick. So, oh, das Ding werden wir jetzt ausprobieren. Blut gelegt. Oh, Gott. Äh, ja, ich muss sowieso... Ich muss hier sowieso in die Dunkelkammer. An die 13 Millimeter von Alukard. Ja, doch, können wir ein bisschen an den Jakal rankommen. Das Vieh war doch hier irgendein... Ach, nee, ich hab ihn umgebolzt. Hm. Du musst aber vor der Waffenkammer noch einmal rum in den Gun. Ach ja, stimmt ja. Stimmt. Ich muss hier sowieso überall durch. Ich mein, du musst ja an der Waffenkammer vorbei. Du willst ja noch unbedingt in den Dunkelraum. Eben. Ich will ja mal kurz in den Dunkelraum. Hallo, Razi. Lang nicht mehr gesehen, ne? Hä, wie, Razi? Du willst jetzt Razi spielen? Ja, ich hab den Stream doch ausgemacht bei mir da, weil... Ich mein, ich bin... In einer Sicht liebt das Cosplay, aber es ist halt einfach gerade unbequem... Es ist unbequem darin zu sitzen. Das Elend eines Cosplayers. Ja. Ey, ich will nicht wissen, wie ich da drinnen muss auch mal sterben. Und die Frau trägt das in der Wüste. Ja. Warum? Darling. My Waifu, warum? Das war die Shotgun gerade. Ich wollte es nicht für... Aber es ist so befriedigend. Oh, da ist er, da ist er. Check this out. Das überleben die? Zwei Schuss. Das eine war nicht mal ein Kopfschuss. Ungewöhnlich. Ich hab dem Ding doch auf den Kopf geschossen, oder? Hm. Es sah aus wie ein Headshot. Hat geschmeckt wie ein Headshot. War ein Headshot. Seltsam. Das ist der Klappler-Bastard. Das Ding klingt richtig geil. Alter. Es ist wirklich der befriedigendste Shot ever. Ja. Das tut richtig gut, das Ding abzufeuern. Versteck. Hä? Aber wo soll das sein? Äh, willst du einen Hint haben, wo die Dinger sind? Ja, sind die hier im Polizeigebäude? Ja. Also einmal beim Stars-Büro in Weskers Schublade. Und das andere ist im Besprechungsraum im Erdgeschoss. Äh, im Pressezimmer. Oh wow. Danke dir. Da wär ich's. Das hätt ich ehrlich gesagt nicht rausgekriegt, weil die Schreibtische sehen hier überall aus. Na, man findet's schon eigentlich relativ, wenn man abgeht. Ich pack die Dings wieder weg, sonst komm ich noch auf dumme Gedanken. Aber du verstehst mal meine Meinung, warum das Ding wie sex ist. Oh Gott, das Ding klingt so geil, wenn du's abfeuerst. Vor allem, das ist das Mächtigste, was man seit langem in einem Videospiel abgefeuert hat. Das ist eine Lightning Hawk, also. Ja, das ist wenigstens mal eine Pump, äh, ja Pumpgun. Das ist keine Pumpgun hole. Es ist halt mal richtig Magnum. Wenn ich das jetzt mal gleich im sechsten Teil, was war das? Oh, die Magnum war so langweilig da. Ähm. Du hast was Gutes gemacht. Ihn aufgeheitert. Das ist gut. Gut, I approve. I approve to this. Ach so, und jetzt quasi kann ich hier... Also jetzt weißt du halt, okay, Wesker hat was Geheimnis in seinem kleinen Porno-Schreibtisch. Dann kannst du reingreifen. Und dann musst du halt mal genau in die Schublade bei ihm gucken. Hier, warte mal. Das war... Er hatte doch hier das Büro, oder? Ja, hier. Er hatte das Büro, er war ja der Käpt'n. Käpt'n Wesker. Und jetzt guckst du nochmal genau in die Schublade. Da hinten liegt noch was. Sammel es auf. Ich kann es nicht aufsammeln. Kannst du schon? Kannst du schon. Müssen wir ein bisschen näher rumgehen. In der Schublade? Da liegt noch was. Das kannst du aufheben. Ich seh so ne kleine Kanülle. Ja, tatsächlich. Ich seh, dass er es sieht. Oh, aber du darfst nicht aufnehmen. Oh. Also doch, er hat einen zweiten Durchlauf. Was ist denn das? Nee, ich hab's auch schon im ersten Durchlauf aufheben können. Ich kann es aber nicht aufheben. Ich krieg das... Doch. Hä? Okay, man kriegt einfach das Command nicht. Eigentlich schon. Also irgendwie hast du da einen kleinen Bug drin. Ich hab grad gemashed. Also... Ich habe kein Command gehabt. Ja, ich seh's ja gerade. Also eigentlich hätte er es dir anzeigen müssen. Rising Rookie. Aufstrebender Anfänger. Erstmal in die Holzkiste. Untersuchen. Was hat Wesker gehabt? Visier? Für deine Magnum. Die wird noch schneller. Oh wow, dieses Ding, ne? Die wollen echt, dass du mit einer fucking Waffe in die Kiste steigst. Kann das? Dann jetzt wieder ins Besprechungszimmer nach unten. Mhm. Äh, nicht Besprechung. Äh, Presseraum. Presseraum, Presseraum. Wo war der Presseraum? Ach, da. Da ist er. Ja, aber... Ich bin grad froh, dass du mir das sagst, weil ich glaub, so hätte ich das nicht gefunden. Und ich schätze mal, dass... Der Film ist einfach nur ein kleines Easter Egg. Ja. Das ist das Rebecca-Rekrutierungsfoto. Weil ohne Scheiß, das ist... Ich hatte ja kein... Kein Command dafür. Das muss also Secret gewesen sein. Das ist ein Easter Egg. Das hast du damals bekommen, wenn du 50 Mal den Schreibtisch untersucht hast. Von Wesker. Also wenn du absolut kein Hobby hast. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Das ist halt, wie gesagt, das Bild von Becky. She's hot. Die ist aber wahrscheinlich noch nicht 18. Doch. She's hot. She's way hot. Sie hat's aber zur größte Brüste bekommen. Muss ich echt sagen. Macht nix. She's hot. Und man hat sie eindeutig dörer gemacht. Ja. Also so rank und schrank war die damals nicht. That's not so hot, but okay. Becky war nicht ganz so dünn. Alter, das Ding, ey. Können wir noch einen Raketenwerfer draufpacken? Ich muss es wieder wegpacken. Ich darf das Ding nicht so... So mir nichts, dir nichts benutzen. Ich müsste nochmal so die Bonis durchgucken, ob man dafür irgendwie was freischalten kann, damit man eine unendliche Money kriegt. Wie schaltet man das denn frei, Hol? Also ein paar unendliche Sachen kannst du freischalten, wenn du das Spiel irgendwie auf S geschafft hast, etc. Ja, da viel Spaß bei. So, warte mal. Und jetzt Presseraum. Das Schönste ist gerade, dass ich hier mich nicht zurückhalten muss vom Mr. Wixknödel. Alter, aber ohne Scheiß. Also der Tyrant war... Mr. X war echt ein Problem. Das war ein echt bedrohlicher Moment in diesem Spiel. Jetzt geht es mittlerweile wieder so ein bisschen. Jetzt ist man ja auch so... Jetzt ist man unterwegs, man ist ein bisschen gut ausgerüstet. Jetzt hast du andere Sachen, um die du dich sorgen musst. Zum Beispiel, dich zurückhaltend, nicht ständig die Magnum auszupacken. Unter anderem. Sie heimlich zu streicheln, ihren Namen zu geben. Hier liegt noch Holz. Ich habe hier ernsthaft einen Raum vergessen. Ah, du musst aber auch noch mal nicht sagen. Ja, hier ist ein... Ich habe einfach einen kleinen Raum übersehen. Ja, passiert mal. Aber hatte ich nicht hier für eine Karte? Hm? Ich meine, ich hatte hier für den Ort eine Karte. Was haben wir hier? Benzin? Benzin? Ja. Spoiler. Dir fehlt noch eine Waffe. Schatzjäger. Meinst du, wir sollten es ihm sagen? Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist kein zu großer Spoiler. Ich glaube, da wird das ja auch freuen. Du bekommst die Flammenwerfer. Oh, yes, baby. Dafür musst du allerdings diesen langen Gubchus-Tunnel ganz unten... Oh, also das, was ich ohnehin vorhatte. Ja, also du wirst reichlich belohnt. Alter, was ist mit seinem Arm gerade gewesen? Der Gini! Das sah gerade wirklich komisch aus. Sein Arm ist komplett durch die Gegend geflippert. Und steckte dann auch noch wiederholt in. Oh Gott. Mir fehlt eine Waffe in Claires Kampagne. So, ich glaube, ich habe jetzt hier alles. Ähm, Keks, das Ding ist, wenn du halt die zwei Durchläufe machst, dann kriegst du halt jeweils immer eine extra Waffe. Okay, das Messer ist eh kaputt. Wo kamen die denn jetzt her? Jesus. Jesus. Okay, mir fehlen noch vier Mr. Raccoons. Für den unendlichen Raketenwerfer entweder Lillen A oder B auf Veteran mit einem S-Plus-Rank. Alter, die Bedingungen sind über... Die Bedingungen sind überhaupt nicht Overkill oder so. S-Plus? Sekunde, plus. Was muss man denn dafür machen? Das Speedrun nie getroffen werden? Ja. Immer treffen? Das ist... S-Plus habe ich bisher gesehen, haben nur Leute bekommen, die das in zwei Stunden etwa durchgespielt haben. Also bei aller Lieblers kriegst du doch nur hin, wenn du vorher erstmal alles andere, was du irgendwie mit unendlich Munition freispielen kannst, benutzt hast. Nee, das haben wir ohne hinbekommen. Wow. Respekt. Stell ich mir zum Glück auch überhaupt nicht frustrierend vor oder so. A und B auf Veteran mit S-Plus. Okay, also das kriegst du... Ui. Das überschreitet meine Skills. Alter. Ich glaube, da warte ich noch so ein, zwei Monate und warte mal ab, was du die Modder-Community alles reinpackt. Was? Ja, ich glaube nicht, dass das dann funktioniert wohl. Oh, überraschenderweise gibt es eine Menge Mods, die relativ gut funktionieren. Nee, das meine ich nicht mal. Safe State. Was? Maximal drei Saves, keine Unendlich-Waffen. Das ist wirklich hart. In zwei Stunden drei Saves. Oh, leck mich am Arsch. Ho, 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 ho. Drei Saves, Alter. Und dann stellen wir vor, du... Und du musst auf Veteran spielen. Ja. Da hast du die Safe... Äh, da hast du die, ähm... Farbbänder. Und das Schlimme ist, die Viecher reißen dir ja den Arsch auf. So ein Zombie reicht aus, um dir das Leben auszuknipsen. Ja, eben. Deswegen, Alter. Da war eine harte Bedingung. Kein Wunder, dass das keiner auf Platinat wirklich. Noch. Das ist... Das sind ja brutale Bedingungen. Ah, gut. Ich hab den... Dings fertig. Schießpulver. Großes Schießpulver. Ein großes Rüei. Ganz viel Schießpumms. Echt denn? Hier ist nur Schießpulver? Ich mein, beschwär mich nicht um Himmels Willen. Ich werd's gleich brauchen. Ein mir Pistole. Ich mach shotgun-Munition damit. Gegen die G-Fiecher ist shotgun eigentlich noch das Beste. Oder die Magnum? Das überlege ich auch gerade, wenn ich da runtergehe, ob ich die Magnum einmal mitnehme. Einfach zum... zum Ballern. War hier noch irgendwo ein... Raum drin? Ich glaub, wenn ich hier wieder runtergehe, war da noch ein Raum, wo ich Dings machen konnte. Also erstmal nimm das Ding wieder mit, da müssen wir ja nicht mehr rüber. Jetzt musste ich wieder... Hier, genau. Geh wieder runter. Hm? Nee, nicht unbedingt nach Capcom. Capcom generell hat nicht so heftige Achievements immer, aber es ist irgendwie fucking Running Gag in den Resident Evil-Teilen. Was denn? Dass die Achievements so brutal sind. Nee, warte mal. Ach, weißt du was? Ich geh da trotzdem runter jetzt. Ist mir egal. Und jetzt... Ich versuch's ohne. Äh, wie viel Shotgun in mir hast du drin? Ich hab sieben. Ich hab nicht viel. Aber ich glaub, ich hab noch... Glaub, ich hab noch... Hab ich nicht noch? Nee, ich hab auch keine Granaten mehr. Hm, ich hab... Ja gut, unten findest du auch noch ein bisschen Muni. Ich hab Highlight-Items zur Not, also... Zweifelsfaller rennst du halt mal durch und nach hinten kriegst du einen Flammenwerfer. Also ich muss da einmal quasi durchlatschen. Du musst doch einmal durchspazieren, ja. Oh je. Oh, Johnny. Oh, Johnny. Keks hat irgendwas gefunden. Hatte mich das in den Buch noch? Nee, hier unten. Ja, ich hab ne Geranie gerade gefunden gehabt. Geil! Ja, ne Geranie! Hörst du auf, dass mal Bürobedarf zu rauchen? Nein. Becky ist nicht amüsiert. Hier ist noch ein grünes Graf. Ich reiß. Ich renn durch, komm. Ich renn durch und hoff, dass ich... Äh, nee, nee, die solltest du wirklich so gut wie möglich entsorgen. Okay. Die renn dir hinterher. Welche? Die G-Viecher auf der langen Etage. Oh, ja. Also wenn du zu viele chasest, also... Kann man das irgendwie avoiden? Was denn? Dass die einen anfallen? Äh, du kannst einfach zurückgehen, nach einer Weile bleiben zu stehen. Ah, geil, ich bin angeviewt. Äh. Achso, also wenn du sie nur liegen vor dir siehst. Ja. Ja, du musst du einfach nur sto drauf halten. Ah, gut, immer nach der sein Scheiß nicht. Nicer Move. Nicht der stille nur? Da liegt in der Kanzelstation, da ist alles still. Es ist das stillste Örtchen von allen. Ja, Alter, aber allein hier die Geräusche, ey. Hm, vor allem, du musst dich doch mal umgucken. Ist das die Lunge der Stadt? Hm. Oder die Kloake. Oh, oh. Scheiße. Ich nehme mal die Hülle kaputt von dem Ding. I'm dead? Nee. Au. Äh, im Zweifelsfalle hast du halt, äh, irgendwie hab ich schon mal hinbekommen. Ja, warte, ich renne jetzt einmal doch trotzdem durch. Ich hab keine Munition mehr. Ja. Die stecken doch tatsächlich mehr weg, als sie sollten. Ja. Aber gut, sie können nicht durch die Tür hier, also... Hm. Da hab ich hier wenigstens einen kurzen Moment Ruhe. Aber ich hab einen los, der eine ist angeschlagen. Äh, das Ding ist, du hast jetzt grad keine Muni. Da wär wieder ein Mr. Raccoon oben. Oh, ich hab noch einen Schuss. Ja, heb den mal auf. Hey, ich will den Raccoon. Ja, da kommt jetzt aber gleich noch ein Zombie in die Quere. Beziehungsweise zwei. Ah, zur Not, den kann ich noch dodgen, also... Ja, aber es sind zwei. Jetzt wollen wir grad gucken, wo soll ich denn hier lang? Ach so, da. Wie Tontorben schießen. Dip, 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 dip. Das wär ja auch zu simpel, den einfach hier zu bekommen, ne? Ja, da musst du halt das zwei Ding auch rumstecken. Also ich bin grad an der Stelle, wo Shadow vorhin war mit dem... Hm. Ach so, da steht wirklich was da... Okay. Ja, also im Prinzip, du kriegst jetzt noch die zwei fehlenden Stecker und die musst du noch eben rumstecken. Ah, hier. Elektroteil. Hi. Hi, Doggo. Ich hab auch nichts, womit ich mich sonst jetzt wehren könnte, ne? Nö, also du musst tatsächlich drauf aber hinarbeiten, den Flammenwerfer zu kriegen. Ich krieg aber auch grad nur Highlights. Äh, Queenplug. Warte mal. Das... War das King oder Queen? Ah, passt. King of Queen. King of Queen! Shit. Shit, shit, shit. King, aber warte mal, das ist ein anderer. Aber hier geht's nur... Lass mich hier runter. Ja, gut. Ja, da oben kriegst du noch den König. Der König! Hast du auch gekniffelt? Ja, der hat jetzt... Der hat gekniffelt. Ach so, aber ich komme jetzt hier nicht mehr raus, what? Äh, du kannst über das Geländer runterspringen. Oh, ja. Bäh. Dann rennst du am besten direkt durch. Fuck! Ja, der knabbert an mir, aber meine Damage Protection ist einfach mal overpowered. Weil ich bin... Ja, solange der Effekt draufhüftelt ist. Bin immer noch auf gesund. Ja, das ist eben das Schöne dran. Mit diesem geglauen Kraut, also zeitweise bist du ein Panzer. Du bist echt tanky, ey. Äh, der hier. Meins! Chemischer Flammenwerfer. Halt er jetzt euer Flammenwerfer abzufallen. Je länger auf der Siffel, desto größer werden die Flammen. Hm, also muss wirklich ein bisschen Aufgegner draufhalten. So ein bisschen Fitz funktioniert da nicht. Oh, scheiße. Das Ding kannst du übrigens auch noch upgraden. So, aber ich brauche hier die beiden Teile noch, ne? Hm, äh, gut, du hast ja genug Kräuter, die du kombinieren kannst. Ne, ich mein, ähm... Ja, ich muss... Ja, für Platz. Ja, Platz ist nicht mein Problem. Ich muss jetzt nur mal gucken, dass ihr das irgendwie auch mitkriegt. Aber weißt du, wir haben hier gerade ein gutes, äh... Gutes Testobjekt. Mhm. Extra Crunchy. Ah, sobald sie Feuer fangen. Okay. Oh, sieht das cool aus? Oh, Mann! Scheiße, ist das cool! Fuck, ich muss da doch her. Schiete. Ah, so mag ich meine Zombies. Krass. Schön Crunchy. Okay, warte mal, ich muss mal kurz, ähm... So Crunchy! Kombinieren. Ah, nein. Das ist ein schönes Lavendel hier. Pack da hin. So, schon haben wir wieder Platz. Aber ich muss ja die Dings noch mitnehmen, die Schalter. Naja, da musst du so ein bisschen im Ringe rum, da die Türen öffnen, damit du wieder zum Ausgang rauskommst. Ja, warte mal. Aber ich muss ja... Hä? Wie soll ich jetzt überhaupt da oben wieder hinkommen? Oben musst du nicht hin. Ach so, die brauche ich gar nicht. Du musst einfach mit den zwei Steckern da so im Ringe rum da die Türe öffnen. Ach so. Ich habe auch den Fehler gemacht, so bei den ersten zwei Durchläufen. Ich nehme jetzt einfach jeden Stecker mit, den ich mal realisiert habe. Alles, was ich brauche, habe ich da. Ja, man braucht ja nur zwei. Hm. Ähm, warte mal. Welcher hast du jetzt? Welcher hat da jetzt? Welche Verstecker? Sag mal, das ist... König und Königin. Gut. Nee, das ist Turm. Turm ist dumm. Ähm. Oh, die schöne alte Safe-Morror-Music. Oh, ist die Geile. Hm. Bist du Queen? Nee, du bist... Ach so, wenn ich die untersuche, kann ich sehen... Ah, Dame. Ah, okay, gut, dann... Swing. Dann geht der hier auf. Ach so, und jetzt müsste ich quasi hier den King einmal reinstecken. Hm. Dann kann ich einmal drumherum... Den King reinstecken. Ich kann nicht... Ich werde mal den King reinstecken. Dann kommst du mit so einem Pömpel um die Ecke. Den habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Ich habe den King reingesteckt. Der ist ja schon drin. Oh. Oh, und jetzt habe ich ja die... Jetzt habe ich drei, genau. Hm. Und damit kann ich jetzt zum Hauptquartier und... Ja, genau. Dacht mir das Spiel jetzt auch. Das wäre ja auch so einen niceen Touch, dass du so ein Mission-Objective, sag ich mal, kriegst. Wobei ich tatsächlich glaube, so auf hart wird er das dann nicht mehr angezeigt, dass du den Raum leer ist oder nicht. Würde mich nicht wundern. Ich meine, ich friss es jetzt nicht. Frissen Müll, Mist, wie? Und ich bin ganz ehrlich, das Ding läuft gerade so bei mir als ein Recht, aber ich versuche mich nicht auf hart zu spielen, wo ich alles killen kann. Dafür läuft es doch nicht so gut. Ja, aber sei froh, du kannst es überhaupt spielen. Ja, und es läuft tatsächlich akzeptabel gut. Besser als so ein gewisses anderes Resident Evil. Äh, ganz ernsthaft, die Resident Evil war die Diashow des Jahrhunderts. Und da läuft das, glaube ich, gerade richtig smooth, das Ding. Der Flammenwerfer ist so gut. Ich habe da teilweise Frames von 15 bis 20, aber es ist trotzdem spielbar. Ja gut, das darf man mit dir leider jetzt auch nicht erwarten, dass du da die übelsten Mega-Frames hast, also geht der Schlüssel. Aber ich finde es halt geil, dass es überhaupt funktioniert. Sieben? Scheiß die Wand an. Ja, weißt du, sieben sieht im Vergleich zu dem hier scheiße aus, ne? Aber das hier läuft bei dir um einiges besser. Das finde ich halt so geil. Man merkt wirklich, was für Leute da reingesessen sind. Leute, die tatsächlich wissen, wie man Zeug programmieren muss. Und vor allem wissen, wie man eine Engine tatsächlich nutzt. Ja, ich meine, das sieht man ja hier. Weil, einfach mal, wenn man das überlegt, da haben wir und ich, wie gesagt, schon oft immer geredet. Hallo, Revelling. Gifted. Ja, Rezzy 6 war echt gut im Vergleich. Ja, nicht husten jetzt. Mehr anzünden, weniger husten. Ja gut, Asho, Rezzy 7 liegt nicht mehr scheiße, was auch für VR gedacht war. Es war ja dieselbe Engine. Es lief dauerhaft scheiße bei dir. Das müsst ihr ja mal bedenken. Es läuft auf derselben Rezzy Engine wie der Teil, den er jetzt gerade spielt. Wenn du halt Idioten hinsetzt, die wirklich null Ahnung vom Programmieren haben, dann wäre es halt scheiße. Dann sieht es halt kacke aus. Aber man merkt schon, die haben mehr Liebe in das VR gesteckt. Ja, und das war das Fehler. Das war halt der Fehler in der ganzen Sache. Ja, aber das ist ja nicht, worauf die Engine programmiert war. Sie haben halt... Das ist halt noch so ein Zusatzcode gewesen, aber die Engine an sich... Sie hatten halt zu viel... Ihren Fokus zu viel auf einem viel zu kleinen Markt. Wieso lebst du jetzt schon wieder? Ich zünd dich an. Nee, weißt du, ich zünd dich nicht an. Du bist es mir nicht wert. Fuck you. Schau, du Feuerchen. Seto? Ja? Wo hattest du in der Leon-Kampagne die Box gefunden gehabt, wo du den Rubin einsetzen konntest? Warte mal, was? Wo ich die Box gefunden habe? Rubin-Box und ein Verhörraum. Im Verhörraum, ja. Gut, danke schön. Den Rubin hatte ich... Das weißt du nicht. Was habe ich hier vergessen? Im roten Raum. So, jetzt wird es witzig. Jetzt muss ich den Raum hier machen. Wobei, warte mal, Keks? Hm? Spielst du in der Leon-Kampagne gerade den ersten oder den zweiten Durchlauf? Sozusagen den ersten. Den ersten? Ja, dann Verhörraum. Bei dem zweiten Durchlauf sind die Dinger ja verteilter. Mhm. Wobei man da muss auf jeden Fall... Ah, verdammt, den Schlüssel habe ich noch nicht. Elektroteil. Aber das ist ein Springer. Der muss schon mal hier hin. Ich komme da unten erst hin, wenn ich Mr. Tyrant habe. Ach, nö. Und... Da, 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 da. Jetzt muss ich gucken. Warte mal. Ich will nicht meinen besten Freund in Tyrant treffen. Hier ist der Läufer. So, ich habe jetzt vier Plugs. Jetzt muss ich nochmal gucken. Was... Wie hieß das jetzt? Äh, bin ziemlich sicher, dass der Turm und Springer... ...an derselben Wand sind... ...und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Springer war Pferd. Und Dame und Turm... Ey, ich war das am Lesen. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Ergo, Dame und Turm liegen sich gegenüber. Ergo... Warte mal. Springer an derselben Wand. Sprung und Springer an derselben Wand. Das heißt ja eigentlich... Wurm. Bist du? Ne, du bist Läufer. Äh... Ne, warte mal. Springer ist hier. Dann muss der ja... ...raus. Sprung und Springer an derselben Wand. Das heißt, er hier hin. Ähm... Ich sag mal schon, äh... Läufer und Dame nicht nebeneinander. Ja, aber die Dame, da ist der... Aber das ist ein Turm. Das heißt... Dame... Dame und Turm liegen sich gegenüber. Aber was? Dame und Turm liegen sich gegenüber, also. Ach so, ja, warte mal. Dame und Turm liegen sich gegenüber. Dann macht das ja gar keinen Sinn. Dann muss... ...Dame ja hier in die Mitte. Genau. Ähm... So, warte mal. Was fehlt jetzt noch? Äh... Läufer und Dame nicht... Dame und Läufer nicht nebeneinander. Das heißt, es muss ja... ...ir jetzt... ...der König... Und hier dann ja... ...der... ...letzte. Bingo! Es ist so... Es ist so viel simpler eigentlich, aber... Weißt du, was halt das richtig Arschige ist? Na? Im zweiten Durchlauf sind die Rätsel anders. Bei dem Ding zum Beispiel am Ende steht dann... ...und der Läufer ist übrigens nicht da, wo er hingeklebt wurde. Ja. What? Ja. Nani. Das hatte ich gestern gehabt. Weißt du, im Prinzip musst du da eine Sache ändern, damit du es dann vom Ding her wieder aufbauen kannst. Aber bis du da mal drauf kommst... Das ist fies. Okay. Den Dreher kannst du eigentlich auch wegpacken. Den brauchst du jetzt auch nicht mehr. Den brauch ich noch. Nene. Der wär jetzt nur noch für einen Shortcut gewesen, wo du wieder... ...wo langgegangen wärst. Na gut, wenn du das sagst. Ja, also du hast alles bekommen, was du brauchst. Die Magnum würde ich tatsächlich mitnehmen. Oh shit. Das heißt, es steht mir irgendwas Biefiges bevor. Was eigentlich Sinn macht nach der ganzen Sache jetzt. Alter, es ist gleich schon acht, Alter. Ich bin richtig invested hier. Du solltest Feuer, Kraft und Heilung mitnehmen. Okay. Ich nehm also nochmal ein bisschen mehr mit. Vielleicht bin ich jetzt überladen, aber ist mir egal. Du kannst für die Situation nicht überladen genug sein. Ist mir egal. Egal. Hier liegt noch ein blaues Kraut. Ist auch selten mal so viel... Lavendis findest du überall. Lavendel. Guck dir die Pflanze an, es ist Lavendel. Ja, es ist... Gute Lavendel. Das ist gute Lavendel. Und mein Inventar ist nicht aufgeräumt. Ich würde das kotzen. Wendel, der alte Wichser. Das ist hier nicht Resi 4, also... Frau Kohl, ich hab die Gesamtszeit mein Inventar aufgeräumt. Es wäre allerdings geil gewesen, hätten sie noch irgendwie da so einen Überlebenden eingebaut, der der für gut erfüllte Aufgaben irgendwie Zeug an die Hand gibt. Willkommen! Weil so ein Jahrzehntel später, nachdem er deformiert durch Raccoon-Geschauer spaziert ist, geht er nach Spanien und trifft dich wieder. War da jo bei ihm? Hey, er macht viel bei dem. Oh, dein Vater wird wieder nicht stolz sein. Hey, ich hab's hingekriegt, ja. Fuck you. Das übst du jetzt mal ein bisschen an der eigenen Hausleitung. Kling, Klau, Kling, Klau, Kling, Klau. Was zum Teufel treibst du da? Nichts. Nichts, nichts. Alles gut. Jesus! Mein Reden, Alter! Hä? Was denn jetzt? Du musst ein bisschen im Kreis rennen, bis er dir das Türchen aufmacht. Ach so. Was hat er gegen mich? Nichts, was hilft. Naja, du hast Zähne und er ist Zahnarzt. Gutes Argument. Ach so, Daddy-Action. Ich denke, du rierst gerade um. Nicht brennt. Daddy ist am Werke. Ich hab vor allem nur fünf Schuss mitgenommen. Ich bin in die Klaue gelaufen. Fuck. Ja, kommt mal vor. Da muss man tatsächlich so nach Gehör gehen. Ah, die Stelle, ja. Nein, Lian, hör auf, dich selber anzuzünden. Warum? Kannst du selber? Jesus, you are disgusting! Ist ja nicht sexy. Ah, Birken. Brenn! Äh, du kannst ihn in dem Raum nicht tun, also. Danger, danger, danger. Chaotisch. Lauf! Oh Gott! Oh, die Musik ist geil. Jetzt weiß ich gerade, wie du das mit dem Raum nicht spaziert bist. Ja, er wollte nicht laufen gerade. Drück den Knopf, keine Ahnung, was es bringt. Äh, du fährst den Kran aus und dann musst du halt auch dafür sorgen, dass er mitten in die Hocke geht. Das ist immer schön in das Auge schließen, mit Timing arbeiten und dann voll Karabotas mit rein. Und versuche nicht selber reinzulanden. Oh, du meinst so, wie du es 20 Mal gemacht hast? Vier Mal. Oh, 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 achso. Vier Mal. Ja, klar. Das waren vier Mal. Nein. Leon. Nein, Bitch. Ich gebe dir ein Chip. Fall nicht die Leiter runter, tut weh. Tonk. Tut deinem Schild anzufinden, hat es auch nicht gewusst. Oh, er macht rutschi. Hab dich. Ich glaube, so gut ist mir, dass du einfach. Tschüss, du Wichser. Ah, fürs Erste. Sekunde. Darf ich mal ganz kurz was gucken? Ich meine, das ist eine super seltene Trophäe eigentlich. Also aktuell noch. Sekunde, du hast ihn mit einmal umkippen? Ja, ja. Hab dich. Ah, dann rechnet der Schaden doch noch mit. Hab dich. Phase 2, dann setzen wir meinen Kran nur einmal ein. Nein, 9,3 Prozent. Sehr selten. Ah, das ist mal interessant zu wissen. Das sind ja gerade mit der Magnum ein paar Mal bearbeitet. Also auch noch mit dem Schaden dazu gerechnet. Ich hab ihn aber auch gerade massig mit dem Flammenwerfer mal trittiert, also. Ja, ja, aber die Magnum macht's. Ich hab den ja auch schon mal mit dem Flammenwerfer noch und ich hab bearbeitet. Das ist mal gut zu wissen, wie man da rankommt. Mhm. Da lebt übrigens noch viel Zeug rum. Ja, ja, ich seh schon, ich seh schon. Magnum-Muni, ja, guck mal. Ich mein, die Bedingung dafür ist sogar geheim. Hm? Ich mein, die Bedingung für ich hab dich ist sogar geheim gehalten. Also bei mir ist es ein Achievement gerade im PS4 gewesen. Ja, aber es ist geheim. Ja, ja, unter den Bonis hast du halt als Bedingung Fragezeichen, Fragezeichen. Ah. Das heißt, ich hab hier einen richtig coolen Boni freigeschalten. Los, Kinder, macht es alle nach, damit er nicht mehr der 0,1%igste ist. Das war ich ja nicht mal. Das ist jetzt ein Achievement irgendwie von 9,2% oder so. Nicht... Sorgt dafür, dass es nicht mal mehr 10% sind. Es ist nicht wertlos, aber es ist auch nicht unbedingt unselten. Hä? Was ist denn... Da war... Hä? Ach, Sophie, nicht jetzt. Gibt, by the way, Trophäe, wenn du G-Berker mit nur einem Kran bist. Hab ich doch gerade. I just... I just did that. Muss ich dich eh noch mit dem Messer massakrieren, Sophie? Das geht doch gar nicht. Warum willst du so viel ständig betatschen? Sophie betatscht mich! Ja, aber du rennst ja auch rum wie die letzte Redfield-Nutte. Ich bin auch nicht mal Redfield gerade. Redfield-Nutte? Your point? Du bist Redfields Nutte. Ich schicke Redfield und Kennedy noch nicht mal. Ja, du vielleicht nicht. Ich bin nicht Karo. Ada, lebst noch? Ich hab ein paar kleine Detouren gemacht. Ich hab voll die geile Waffe gefunden. Willst du mal hören? Einzige, was mir irgendwie fehlt in dem Spiel, ist dieses Ada. Wait! Das fehlt mir irgendwie. Weißt du, er findet endlich Ada wieder. Guck dir mal dieses Gerät an. Boah, ist das groß. Und es klingt geil. Alter, ihr sollt nicht immer euch den Scheiß da überall rausziehen. Das sollt ihr nicht. Und das machst du jetzt gerade nur, um hier an die Wäsche zu gehen. Mein bester Freund ist wieder da. Verdammt, er hat mich einmal erwischt. Ich muss hier einmal rennen. Lasst mich hier durch. Ich find's süß, wie Leon tatsächlich Hoffnung bei ihr hat. Bei Ada oder wie? Ja. Vielleicht, sie sind doch ein Mensch. Oh, Ada und Leon, sie sind so niedlich. Vielleicht sieht sie doch nicht einfach nur aus wie eine Milf. Hey! Hey, hey, hey. Hey, komm, sei ehrlich. Sie sieht ein bisschen aus in dem Teil wie eine Milf. Nein. Doch. Das ist ja hier. Um ein Milf. Sehnschlüssel. Wäsche, komm mal, komm ich jetzt rein. Er hat seinen Schlüssel in der Tür vergessen. What? What hab ich... Oh, guck mal, Kräuter. Mitten auf dem Boden. Also, das hat gerade besser funktioniert, als es eigentlich hätte sollen. Was hab ich hier im Überwachungsraum vergessen jetzt? Äh, du hast ja nichts vergessen. Die Stecker werden halt noch als Item angezeigt. Ach so. Ich hab immer das Gefühl, ich hab da was vergessen, weil da, ne, ist rot und so. Naja, also würdest du die jetzt alle aufsammeln, wär's, äh, der. Oh, das ist ja auch Claire spielen. Ich weiß noch nicht, mal gucken. Oh, es lohnt sich. Nein, noch nicht, ne? Games fun. Hab Spaß. Und jetzt kommen wir zum, äh, Mr. X-Vermeidungsspiel. Sekunde, wo ist Ada jetzt hin? Die ist hochgewatschelt. Ja, ich hab jetzt gar nicht aufgepasst, wo sie langgelatscht ist. Du musst hoch, nicht runter. Ja, ich merk schon. Wie schnell kann dir eine Frau weglaufen, die gehandicapt ist? Sehr, offenbar. Sehr schnell. So, ich packe mein, mein Schnucki wieder weg. So gerne ich sie auch benutze. Leon, Leon in a nutshell. Er schafft es sogar, dass verwundete Frauen ihm weglaufen. Also, ich glaub, Claire, ja. Ich denk mal, das dürfte man noch reinmanagen. Oh, also, das ist halt teilweise wirklich eine andere Story. Ja. Aber ich glaub, ich weiß nicht, ist es groß anders? Also, ich hör ja immer nur A und B und hast du nicht gesehen? Ne? Also, es sind halt zwei unterschiedliche Geschichten. Klar, ihr rennt an den selben Locations rum, habt aber halt auch andere Wege, teilweise auch andere Waffen. Ich glaub, das würde ich dann eher privat spielen. Aber ich spiel trotzdem einmal mit Claire im Stream. Aber ich glaub, jetzt hier das A und B des jeweils anderen, dann mach ich, glaub ich, nicht. Ja, also, das wäre dann ein zweiter Durchlauf. Das ist dann was, was du solltest privat machen. Ach so, das sind wirklich nur so Kleinigkeiten, die sich dann ändern. Äh, ja gut, du hast einen anderen Startpunkt. Rätsel sind anders. Und du hast dann halt noch so das True Ending, sag ich jetzt mal. Du hast halt einen extra Kampf, inklusive halt einer anderen Cutscene am Ende noch dazu. Ja, also, ich glaub nicht, dass ich das machen werde. Aber mit Claire machen wir auf jeden Fall einen Durchlauf. So viel ist man sicher. Weil da bin ich auch neugierig, wie das ist. Yay, ihr macht einen Durchlauf mit mir. Das ist ein Keks. Wow. Wirklich, das... Ne. Du weißt das, also... Ja. Also, während wir durchlaufen, lassen wir dich mit Mr. X allein. Ja. Ob Mr. X überhaupt einen Penis hat. Hm? Ob Mr. X überhaupt einen Penis hat. Nö. Probably not, ne? Ich mein, warum sollte er? Was tut er denn da? Damit du mir in die Eier schießen kannst? The fuck I know. Toll, damit du dich nur angucken kannst und grinst. Wie viel kommt jetzt eigentlich in der Lien-Szenario hier noch? Äh, das ist jetzt eigentlich das letzte Gebiet, wo du hingehst. Ah. So in Spielstunden? Eine, anderthalb. Na gut. Je nachdem, wie gut du bist. Ich glaube, da machen wir das heute noch eventuell. Je nachdem. Mal gucken. Du schaffst heute noch. Langsam kriege ich Hunger. Ich konnte ja vorher, na doch, ich hab vorher noch was gegessen. Aber es ist halt ein bisschen problematisch aktuell, wenn man noch vorher Zahnarzt war und so. Hm. Äh, nee, nee, Tyrants haben keinen Geschlechtsteil. Sie sind halt neutral, obwohl sie aussehen wie Kerle. Na gut, die wurden ja halt aus Menschhybrieten zusammengedakelt. Hm. Oha. Ada's going in. She's going for the kill. Gewöhn dich dabei nicht dran leeren. Das war das erste und wahrscheinlich auch letzte Mal. Was denn? Dass sie dich küsst. Oh. It's a trap. Das nächste Mal, wo das passiert, ist in einem Spiel, wo du definitiv nicht drin sein möchtest, aber trotzdem bist. Please, we don't have much time. You're gonna need this. Okay. Okay. Ja. Jetzt muss ich in einen fach höheren Raum. Ich weiß. Ich bin kein Redfield, aber ich bin cool. Ich habe eine geile Schusswunde. Ich bin Mann. Hm. Oh shit, na. Ich bin nicht cool. Oh shit.